die nächste standort der herausforderung ist angesagt und zwar diesmal die schleife zu finden an der folgenden stelle anfang statt zur orientierung hier müssen wir erhängen also wenn er den teleporter noch nicht habe müsste ein bisschen fahren und dann hier am bootstieg entfernen wollte ich eigentlich so ich würde sagen wir starten die challenge anmachen mit enter und route ich nehme hier die zehn kilo schnur maximale bremse 8 kilo und die route also mit weg das auch mission das ganze hier und von harten und kompost wurm als köder man kann jetzt hier kompost vornehmen wo der man nimmt einfach noch mal schnell blutwurm dabei ist die schleier auch drauf habe ich auch schon steht das vielleicht hier drin steuer steht nicht auf ruhig war das war aber wir werden es jetzt mit dem kompost wollen wir probieren und ja ich will sagen let's go einfach rein hier und auf gut glück wie sie rennen die fix beißen ich sehe gar nichts ja ich sehe da sehen wir was kommt auf jeden fall ein guter fisch angesprochen glaube ich ich glaube eher weniger dass wir hier so viel glück kann man dass das gold ist das ist silber nächster versuch einfach wieder hier rein und ein bisschen warten ich denke wenn wir jetzt den haken noch ein bisschen größer machen dann könnte man sogar sofort gold bekommen bei mir jetzt fünf meine ich könnte jetzt vier mal aber naja man kann es auch lassen kann es auch einfach lassen ja jetzt ist warten angesagt ich will es euch nicht wirklich antun glaube ich dementsprechend macht was so wie immer ich übe ein bisschen rum bis ich sie goldrank habe und werde euch das ganze zeigen so haben wir wieder eine größere und da hinten um schwimmen ist gucken was das ist wenn ich schon wieder silber ich hoffe natürlich nicht das gold ist ich hoffe natürlich nicht das gold ist man weiß es nicht okay also einfach mal ein bisschen umgucken wenn ihr steht am steg und da ist die goldschleie die goldschleie kann man auch so nennen die goldschleie schleie im goldrank alles klar die fische sehen echt cool aus damit haben wir jetzt die challenge erfüllt equipment immer noch das silber nichts verändert einfach hier ein bisschen umgucken ob ihr seht wenn ja dann dort hinschmeißen ist einfachsten eigentlich hier vorne denke ich wird sie sein bei mir also jetzt links gut ist wie es ist alles klar ich danke euch fürs zuschauen bis zum nächsten mal